Musik Wow! Und yeah! Heute begrüße ich euch zu meinem 45. Mitmach-Bewegungs-Mitsingen-Tralala-Video. Ja, und heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 21. November, mein 59. Geburtstag. Danke, danke, danke für die ganzen Gratulationen. Es wird bestimmt noch ein toller Tag werden. Gleich werde ich auf jeden Fall noch lecker Kuchen essen und Kaffee trinken. Das Wetter ist heute auch sehr schön. Ja, genau das Richtige, eigentlich ein genau richtiger Tag, um für euch ein Mitmach-Video zu drehen. Ja, was passiert heute alles? Zunächst natürlich das Begrüßungslied. Dann singe ich euch ein Lied über den Nikolaus. Und zwar, was der alles so zu tun hat. Dann lese ich euch ein Nikolaus-Gedicht vor. Ja, dann kommt ein Mitmach-Video mit dem Nikolaus. Und dann kommt noch ein absoluter Nikolaus-Klassiker. Haha, und was für eine Mütze habe ich auch? Ja, eine Nikolaus-Mütze. Und was ist das dann? Ein Nikolaus-Spezial. Genau, also heute das erste Nikolaus-Spezial für euch. Und schon geht's los. Hallo, hallo, ich bin der Jürgen. Guten Tag. Sagt ihr mir vielleicht auch mal Guten Tag? Ja, und ihr kennt das ja schon. Ihr sagt mit mir zusammen, jetzt gleich zu mir. Guten Tag, Jürgen. Und das bei drei. Eins, zwei, drei. Guten Tag, Jürgen. Wow, Z-Boing. Habt ihr wieder super Guten Tag zu mir gesagt? Ich freue mich immer sehr. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder und alle anderen auch. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, bam, bam, bam. Tja, ich hoffe, ihr habt eure Hände zu klatschen bereit. Denn ihr habt für erstmal eine Runde in die Hände geklatscht. Seid ihr soweit? Und eins, zwei, drei. La 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 Lalalala Hey, super! Ja, und ihr wisst schon, dass den Klatschen müsst ihr alle, 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 alle aufstehen, denn jetzt wird eine Runde gehüpft. Auf geht's! Ja, und La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lala, lalalala, 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 lach Nikolaus. Genau, ja, da werden mir noch fast die Nikolaus-Mütze vom Kopf gefallen. Jo, und mit dem Nikolaus-Special schreitet es voran. Ich habe ein ganz tolles Nikolaus-Lied für euch mitgebracht. Das heißt, der Nikolaus hat viel zu tun. Und das singe ich euch jetzt mal vor. Der Nikolaus hat viel zu tun, hat keine Zeit sich auszupuhen. Geschicke bringt er immer in einer einstigen Nacht. Die fragt mich, wie er das wohl macht. Womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Kommt er etwa mit dem Motorrad und rast über die Autobahn? Oder kommt er mit einem dicken LKW mit hundert Sachen angefangen? Oh, tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus? Womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus? Tja, womit rast der Nikolaus? Der wiegt und aus, von außen raus. Doch wir wollen doch mal sehen, oder? Vielleicht kommt er mit dem Skateboard, oder er hat Rollschuh an. Oder er kommt auf mit Besenstiel, oder mit der Seilbahn. Oder mit dem Schlauchboot, kommt er angewandt. Ja, womit rast der Nikolaus, vom Haus zu Haus. Womit rast der Nikolaus, von außen raus. Und sagt, der Nikolaus kommt mit dem Schlitter, und nicht mit dem LKW. Die Rentiere ziehen ihn in der Nacht, durch den tiefen Glitzerschnee. Ja, dann kommt der Nikolaus. Da bin rast der Nikolaus, vom Haus zu Haus. Tja, da bin rast der Nikolaus, von außen raus. Von außen raus. Von Haus zu Haus. Das war doch mal ein erstes tolles Nikolaus-Lied. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf die Suche nach bekannten Nikolaus-Gedichten. Und ich habe hier eins gefunden. Das ist ein uraltes Gedicht. Das haben ja auch schon meine Eltern früher vorgelesen, sogar schon meine Großeltern. Und das Lied heißt, vielmehr gesagt, das Gedicht heißt Holler, Boller, Rumpelsack. Hier steht Nikolaus-Gedicht, Text Albert Sergel. Der war ein deutscher Schriftsteller von 1876 bis 1946. Also schon ganz schön lange her. Geeignet für Kinder ab einem Alter von vier bis fünf Jahren. Okay, jetzt also für euch ein Nikolaus-Gedicht. Holler, Boller, Rumpelsack. Holler, Boller, Rumpelsack. Niklas trug ihm Ruckelpack. Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen. Knackt die Schale, springt der Kern. Weihnachtsnüsse esse ich gern. Kommt bald wieder in dies Haus, guter alter Nikolaus. Ja, ein kurzes, aber ganz tolles Nikolaus-Gedicht. Kennt ihr sicher auch schon lange. Ja, das war das Nikolaus-Gedicht, was ich euch vorstellen wollte. Das ist jetzt als Ersatz für die Büchervorschläge da. Okay, gut. Jetzt kommt das Nikolaus-Mitmachlied. Das ist ein ganz neues Lied. Das habe ich irgendwie selbst erfunden, weil es überhaupt gar keine Nikolaus-Mitmachlieder gibt. Genau, also. Es geht los. Das Lied heißt Der Nikolaus, Der Nikolaus. Und was ihr da also machen müsst, das erkläre ich euch, während ich das Lied singe. Okay? Der Nikolaus, Der Nikolaus trägt den Geschenke-Sack. Und hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Und tja, ihr könnt euch schon denken, alle Kinder oder noch alle, die mitmachen wollen, die müssen sich in einem großen Kreis umstellen. Ja? Ich sehe euch nämlich, wie er in einem riesigen Kreis, die alle stehen. Und einer, der muss sich, oder ein, der müssen sich jetzt finden, um den Nikolaus zu spielen. Und der Nikolaus, der trägt einen riesen Geschenke-Sack auf dem Rücken. Und dann geht der Nikolaus oder die Nikolausin. Wir gehen dann los mit dem Geschenke-Sack hinten am Rücken. Und dann sieht man die erste Strophe. Der Nikolaus, Der Nikolaus trägt den Geschenke-Sack. Hier hinten am Rücken, habt ihr den gesehen? Und hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Der Nikolaus, der Nikolaus, der trägt den Hucke-Pack. Hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Tja, was ist? Ach, plötzlich bleibt er stehen. Und er schaut dich an. Fragt, willst du nicht mit mir gehen? Antwort dann von dem Kind oder demjenigen, der mitmacht. Ja oder nein? Will ich mitgehen? Will ich nicht mitgehen? Und dann hängt sich derjenige hinten dran. Ja? Dann hängen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Also ihr geht dann gemeinsam im Kreis herum und alles singt weiter. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Ja, und das Ganze geht dann wieder von vorne, du musst. Solange bis natürlich alle hinten dran hängen. Ich sing noch einmal dieses ganze Ding. Der Nikolaus, der Nikolaus trägt den Geschenke-Sack. Ja, hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Der Nikolaus, der Nikolaus, der trägt den Ruckelpack. Hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Plötzlich bleibt er stehen. Und er schaut dich an. Fragt, willst du nicht mit mir gehen? Antwort? Ja oder nein? Ja klar will ich mit dir gehen. Dann häng ich hinten dran. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Ja, und ich kann euch vorstellen, wenn da so 20 Kinder sind oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen, dann dauert das nächste Mal eine ganze Weile, bis alle hinten dran hängen. Oh, dann gibt es eine Riesenschlange. Ja, und alle tragen die Geschenke, sagen, und greifen da gleich mal richtig rein und verteilen das Ganze. Denn jetzt geht es ab. Sind alle hinten dran, dann fangen wir zu laufen an, immer schneller laufen und werfen die Geschenke. In die Welt hinaus, hinein in jedes Haus. In die Welt hinaus, hinein in jedes Haus. Das heißt also, wir werden immer schneller. Ja, wir geben alle hintereinander her, ich zieh das jetzt nochmal, ja. Und dann werden wir langsam immer schneller. Ich fang da noch nicht ganz so schnell an wie jetzt beim ersten Mal. Und dann sind alle hinten dran, dann fangen wir an zu laufen, immer schneller laufen und werfen die Geschenke. In die Welt hinaus, hinein in jedes Haus. 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 Das heißt, ihr lauft dann einfach im Kreis her rum und müsst euch auch gar nicht mehr festhalten. Und schmeißt die Geschenke so durch die Welt, sodass alle die Geschenke bekommen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, also nochmal kurz erklärt, großer Kreis. Einer oder eine spielt den Nikolaus. Den Geschenkesack hinten auf den Rücken. Und dann kommt die Frage, willst du nicht mit mir gehen? Ja, das wäre doch toll. Hängt sich hinten dran, dann hängen irgendwann alle hinten dran. Und dann geht's im Kreis her rum. Ja, und immer schneller, immer schneller. Und dann fangen alle an, jubelnd die Geschenke durch die Gegend zu schmeißen. Das macht bestimmt super, super, super viel Spaß. Ja, das war das Mitmach-Nikolaus-Lied. Der Nikolaus, der Nikolaus. Wow, ja, jetzt sind wir im Nikolaus-Special schon ein ganzes Stück vorangekommen. Jetzt kommt der Nikolaus-Lied-Klassiker für heute. Es heißt, guten Tag, ich bin der Nikolaus und ist geschrieben von Rolf Zukowski. Okay, geht los. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Alles klar. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Wie der Wind ziehe ich durchs ganze Land. Wie der Wind, wie der Wind. Und am liebsten bleib ich unerkannt. Wie der Wind, wie der Wind. Stellt die Stiebel raus, stellt die Stiebel raus. Und dann freut euch auf den Nikolaus. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Heute Nacht, wenn alle schlafen gehen. Heute Nacht, heute Nacht. Könnt ihr mich in euren Träumen sehen. Heute Nacht, heute Nacht. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Und ihr fröhlich, ihr auch so fröhlich, ihr mit dem Schiff. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und weil es so schön war, finde ich die erste Strophe noch mal. Ja, okay. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Mit dem Sack gehe ich von Haus zu Haus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ich habe keine Zeit mehr, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wow. Ja, war vielleicht ein bisschen zu schnell gespielt. Ab und zu habe ich das Fistur vergessen. Ja, kommt davon, wenn man die Lieder nicht ganz so oft spielt. Egal. Also, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz bekanntes Nikolaus-Lied. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Mitmach-Videos Nikolaus Special 1 anbelangt. Oder angelangt. Und ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr so toll mitgemacht habt. Ich bin immer wieder begeistert von euren Kommentaren. Und dass das Video auch wirklich so doll und oft angeschaut wird. Ich freue mich darüber sehr. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum zweiten Nikolaus-Liederspecial hier wiedersehen. Das wäre doch super, okay? Jetzt auf jeden Fall, dass wir uns wiedersehen. Und das hofft, ich glaube, dass wir uns wiedersehen. Also, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch war es heute wirklich schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch war es heute wirklich schön, hier mit euch zu hüpfen. Hüpf, 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 und hier mit euch zu drehen, hier mit uns drehen, und hier mit euch mal wieder zu fliegen eine Runde. Ja, ich sehe, wie hier die Flügel schwenkt, super. Und hier mit euch zu winken, winky, 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 stinky. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch zu winken. Okay, tschüss.